Hallo und willkommen zur Zusammenfassung meiner Ideen der vergangenen Wochen. In meinem Buch Patient-Hochschullehre habe ich die zentralen Probleme der heutigen Hochschullehre ausführlich diskutiert. So zum Beispiel das Problem der Präsenzphasen, in denen die Aufmerksamkeit der Studierenden schnell abfällt. Das Problem der Redundanz, das heißt der Vervielfachung von Inhalten an den Lehrinstitutionen. Oder das Problem der Skalierbarkeit, das immer dann auftritt, wenn ein Hörsaal zu klein für die Teilnehmerzahl ist. Die meisten dieser und anderer Probleme lassen sich durch kluge Digitalisierungskonzepte lösen. So zum Beispiel das Problem der fehlenden Individualisierung. In der klassischen Lehre befinden sich ja alle Lerner in der gleichen Situation. Ein Lerntempo, ein Lernort und so weiter. In einem digitalisierten Format lässt sich das mühelos aufheben und wir können dem einzelnen Lerner individuelle Möglichkeiten liefern. Oder nehmen Sie die Präsenzlehre, die im digitalen Zeitalter ganz anders funktioniert und zu mehr Individualisierung und höheren Lerneffekten führen kann. Fragt man jedoch die Kolleginnen und Kollegen, ob sie bereit sind, ihre Lehre auf die digitalen Anforderungen umzustellen, bekommt man in der Regel diese Antworten. Unter denen der Datenschutz und das Urheberrecht in den seltensten Fällen fehlen. Das heißt, die Ablehnung ist groß. Ja und dann gibt es noch die aktiven Verhinderer, die uns von der Schädlichkeit der Digitalisierung überzeugen wollen, wie jüngst dieser Herr hier, der Behauptungen vom Stapel ließ, die jeglicher Grundlage entbehren. Das Hauptproblem dieser digitalen Verweigerer ist ein ganz einfaches. Sie wissen meist überhaupt nicht, was digitale Lehre ist, reden aber darüber. Also, erklären wir es Ihnen. Die digitale Lehre nutzt eine Reihe von Elementen. Hörsaaltechnologien, wie hier in der oberen Reihe abgebildet, und Software, deren Vielfältigkeit kaum überschaubar ist. Zusätzlich gibt es digitale Szenarien, die den Lehr- und Lernprozess umspannen. Von kollaborativen Szenarien bis hin zu Szenarien des Selbstlernens. Die Nutzung von Elementen und Szenarien in der Lehre kann auf zweierlei Art geschehen. Wir können die Lehre mit digitalen Elementen und Szenarien digital anreichern oder diese Elemente und Szenarien vollständig integrieren. Wobei ein Anreicherungsmodell dominiert. Lehre mit hörsaalgestützten und PowerPoint-dominierten Präsentationsformaten, die sich vielfach ungeliebter Lernplattformen bedient und einer Kommunikation, die primär über E-Mail und PDF-Dokumenten versandt, abgewickelt wird. Dass erst mit einer vollständigen Integration aller verfügbaren digitalen Quellen aus dem Internet unter Nutzung gängiger Kommunikationsformen die gewünschten Mehrwerte erreicht werden, ist hinlänglich bekannt. Ein solches Integrationsmodell, bei dem die Inhaltsvermittlung vollständig digital erfolgt und sich eine Präsenzphase zur Inhaltsvertiefung anschließt, ist das Inverted Classroom Model, das bereits im Jahr 2000 von Maureen Lake und ihren Kollegen vorgeschlagen wurde. Damals primär für das Software-Training. Ein solches Modell respektiert nicht nur die Alltagswirklichkeit der Studierenden, sondern es hat neue Lehr- und Lernparadigmen unter Einbeziehung mobiler Endgeräte zur Folge und verbessert mit neuen Kursformaten und offenen Bildungsmaterialien den Lehralltag. Das Lernen wird so kontrolliert selbstgesteuert, die Inhaltsvertiefung zu einem intensiven, modellierten Austausch. Ja, und der Lehrer wird zum Lernbegleiter und somit Teil des Lernprozesses. Und der klassische Hörsaal wird zu einem kooperativen Lernort, bei dem mobile Endgeräte selbstverständliche Hilfsmittel sind. Beim Prüfen, natürlich elektronisch, spielen reine Wissenstests nur noch im formativen Bereich eine Rolle und können von jedem beliebigen Ort abgelegt werden. In elektronischen Klausuren dagegen werden nur noch Kompetenzen überprüft. Und dazu die Nutzung des Internet erlaubt. Mit anderen Worten, bring your own device total. Tja, und mit neuen Kursformaten wie den 2 in 1 Formaten oder den Phlogs, die beide mit Präsenzphasen ausgestattet sind oder mit Formaten ohne Präsenz wie den MOOCs oder unseren speziellen linguistischen Permanent- oder P-MOOCs. Mit diesen Formaten können wir sowohl Zusatzangebote schaffen als auch für curriculare Ergänzungen sorgen. Ohne Digitalisierung wäre das ein unmögliches Unterfangen. Was ist zu tun, damit all das gelingen kann? Nun, zuallererst müssen die notwendigen Kenntnisse verbreitet werden, damit Behauptungen wie die von Herrn S. keine Chance mehr haben. Darüber hinaus sollte man die Lehrenden ermutigen, die digitale Lehre auszuprobieren. Mit begleitenden Angeboten sollte zusätzlich auch das notwendige Know-how vermittelt werden. Und damit die bereitstehenden Materialien auch genutzt werden, sollten die bestehenden Barrieren in den Köpfen endlich eingerissen werden. Es ist nämlich nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart, von der ich hier spreche. Alle genannten Formate sind bereits im Einsatz und erprobt. Die Zukunft ist also bereits hier. Doch es geht weiter. Immer neue Disruptionen zerstören unsere klassischen Vorstellungen und Verhaltensweisen, wie auf diesem Bild hier gezeigt. Und unser kleiner Freund Pepper, ein humanoider Beratungsassistent, wird bald Aufgaben übernehmen, für die wir weder die Geduld noch die Zeit haben. Bleiben Sie also auf Sendung. Ich halte Sie weiter auf dem Laufenden. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Beste Grüße aus Marburg. Beste Grüße aus Marburg.